Hallo, mein Name ist ZickzackPVP, nein ich bin BastiGerge, es hat wirklich einer gefragt gehabt, hä, neuer Account, hä, hä, heißt du jetzt Zickzack, hä, hä, du bist doch Basti. Nein, das ist ein Witz, weil, wenn ihr den TeamSpeakTroll noch nicht gesehen habt, kann ihr sich den gerne angucken, um diesen Witz zu verstehen, es wird über längere Zeit noch ein Insider bleiben, aber nichtsdestotrotz spielen wir eine Runde Hardcore Games Part mit ninja mir ist echt spontan nichts eingefallen was ich spielen hätte können und deswegen tun wir das ich habe einen neuen skin ja hier chillig im sweater von armani hab mir gedacht den zieh ich mal wieder an habe davon echt viele im schrank und musste dann zur wäscherei bringen und dann kurz drüber bügeln ging dann alles ganz gut werde den erstmal jetzt für die nächsten wochen tragen freunde wir spielen hardcore games das mögen wir doch alle macht sehr viel spaß ich spiele mit einem high texture pack das heißt heißt es in facebook aber das ist ein typisches high texture pack mit red herzen und balken und facebook und da eine schöne hautbar irgendwie brauche ich so was gerade ich weiß auch nicht warum aber irgendwie gefällt es mir mal was anderes das kommt mir alles so ausgelutscht vor und ihr wisst ich brauche viele verschiedene texture packs weil viele viele habe ich schon in meinem leben gespielt und ja da hat man immer wieder hunger auf was anderes aber was ich von euch möchte sind ein paar kommentare bezüglich in dem vorschläge für die nächsten videos so sachen die ich ansprechen kann würde mich mal freuen wenn wir vielleicht so eine kleine diskussions zeugs über den nächsten runden denke ich mal ansprechen also immer wieder ein paar themen haben fakt das war jetzt kritisch natürlich natürlich konnte ich den jetzt nicht perfekt kraften wie gesagt ninja ich dachte das ist er sonst die skin durch diese blauen blumen dachte ich das aber dem war wohl nicht so okay mischen wir uns mal ein bisschen ein in okay gleich mal am anfang so zerstören hätte ich jetzt nein leute ich hätte es auch ganz gerne ruhiger gehabt ja das lief schon mal habt ihr mal ne ich hab jetzt nicht so bock die noch weiter zu spielen ja lass uns doch auf einer hand zu vergehen zick zack da sind wir wieder diese lache gerade bei like ich habe jetzt echt gedacht ich schaffe den sprung nicht egal ja ich bin ein wenig kalt freunde ich bin ein wenig kalt ich muss mich ein bisschen warm spielen habe das ganze schon auf diversen kit pp-servern versucht dachte eigentlich na gut ganz ehrlich jetzt für die den clip gerade eben den muss ich jetzt auch drin lassen weil ich das ganze nicht normal jetzt labern möchte weil das war die hauptinformation des videos und diese hauptinformation darf unter keinen umständen ähm ich hab euch weitergeleitet werden boah ii mann ich bin über mein maus ich bin da so richtig keine ahnung richtig komisch also bei mir muss alles so maus und hast dings immer in bestimmten winkel sein ich muss auch meine finger müssen so keine ahnung ich darf einfach nicht kalt sein weil sonst kriegt nichts hin und dazu gehört bei mir auch das maus pad muss in der richtigen winkel sein okay das wird jetzt mega komisch an wenn ich sowas erzähle äh ja gut lass mir das lieber dann deswegen und äh wir bleiben seriously wir haben 50 leute auf dem leute auf dem server das heißt wir können keine 50 kills montage teil 2 machen tut mir leid ich hab's echt gerne versucht nur leider können wir hier nur höchstens 49 kills rausholen ich möchte ein steinschwert haben weil ich habe auch voll viele pilze deswegen machen wir jetzt jolo mit äh acht locks ne lock chuchu ok dann droppen wir das mal dabei aus einer schlucht komm her komm her matze ich tue so als wenn ich nichts habe ja das sind die alten klassiker aus dem steinschwert loch ähm die kennt man die erzählt man sich an der ecke gegenüber ja da hat er noch suppen ja hat er nehm ich lieber die mit als jetzt noch mein recraft zu verschwinden also meine recraft materialien so ich brauch ich brauch ja ich hab jetzt keinen bock pilze zu sammeln boah geh nicht ich werd eh nicht recraften ich werd hier alle one hinten hab ich jetzt so beschlossen äh ja hab ich jetzt so so abgeschmiert ich war mitten im starting screen einloggen klar ich hab's echt jetzt äh bin echt verwundert dass ich jetzt noch rechtzeitig geschafft habe ja auf den zaga zu kommen nein es ist ein nein warum macht man sowas warum macht man sowas nur um einen anzupissen man wie dumm ist das denn man geile geile trap also wirklich hast du gut gemacht ja man es ist doch ist doch widerlich 40 Sekunden ok da vorne geht's doch gleich weiter mit dem Sumpf hm schwierig Freunde schwierige Angelegenheit ich weiß nicht ob ich jetzt vielleicht eine neue Anmoderation machen soll weil ich es vielleicht später anders schneiden werde ja deswegen nicht irritieren lassen ist jetzt nur vorsichtshalber oh mein Gott ich bin nicht getaggt nochmal fuck ma ok jetzt jetzt bringt's noch was egal ich lass jetzt die Anmoderation ich hab jetzt ach egal es läuft echt alles super nach Plan dem Moment und und keine Ahnung was das vorhin war im ersten Clip gangbang schocktrauma oh mein Gott der Schroom Ame ist wieder zurück sag euch nimm ich spiel nicht ich nehme gleich Komma auf Spaß war ein Witz war ein Witz nein du schreibst jetzt nicht haste n 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 finde ich, dass wir eine echt sehr enge Bindung zueinander haben. Und dass wir die echt nicht vernachlässigen sollten. Ne, Matze? Cool. Komm, du hast es verstanden. Okay. Okay. Danke. Und, äh, mein Kumpel Henrik. Der wird der Erste sein. Der heute leiden muss. Okay, das war jetzt ein echt starker Craft. Okay, wo ist der? Wo ist Henrik? Ist er irgendwie hier langgelaufen? Er hat es im Urin. Den ich jetzt, äh, analysiert habe. Okay. Also, eine Art Pilze haben wir. Eine Art. Eine Lebensform. Und, hm. Ja, gehen wir nochmal zurück zum Sumpf und versuchen, rot zu holen. Aber vorher holen wir uns nur einen kleinen Snack. immer eine gerade Anzahl an, äh, Dings dabei haben. Das ist wichtig. Natürlich liegen ja auch nur braune. Scheint wohl, äh, die roten, die roten, die leckeren, giftigen Pilze. Gut, Jungs. Was ihr da macht, juckt mich nicht. Aber, ihr werdet es nicht länger machen. Denn hier kommt der Held. Der ist jetzt packt. Ich werde in der Trap sterben, höchstwahrscheinlich. ersetze schon mal hier den Schlusspunkt dieser Aufnahme. Sage euch vielen Dank fürs Zusehen. Lasst eine positive Wertung gerne da, wenn es euch gefallen hat. Äh, ich freue mich über Jungs. Ich freue mich schon drauf, auf einen Server zu joinen. Am besten werde ich jetzt in die Trap gezogen. Okay. Stört mich jetzt ganz ehrlich nicht so sehr, dass er sich das jetzt so schnell überlegt hat, mich Pilzsocken zu fahren. Vielleicht gibt es auch nicht so viele. Das wird auch eher so ein Punkt sein. So, ich muss mal meinen Impfer freuen, sonst sehe ich aus wie Patrick. Da haben wir es. Da haben wir es. Nee, Pilze sind hier echt gar nicht. das ist ein roter. Der, ähm, da sehr alleine scheint zu sein. Oh. Doch nicht. Ja. Gut. Ja. Hab ich gesagt, dass es ein top Gameplay wird? Hm. Okay. Es geht hier wirklich wirklich hier. Eine Bar. Ein Wunder. Ein wunderschönes Wunder. Hab bitte ganz viele Rote. Nein. Er hat keine. Gut. Egal. Er hat Suppen. Das juckt. Oh mein, das war jetzt gemein. Er hatte wahrscheinlich die meisten Suppen im ganzen Spiel. Oh, ich hab auch Karotten. So, Henrik, mein Freund. Holzdieb. Nein. 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 Okay. Okay. Ich weiß, ich habe richtig verkackt, aber ich habe jetzt Pilze. Oh, hier könnte auch nicht weniger werden, ne? Oh, mein! Was ist da denn jetzt gerade los gewesen mit diesem Full Iron Team? Nicht Full Iron Team, aber mit zwei Full Irons. Das muss ja nicht gleich ein Team sein, aber das ist nicht so cool, da ich mega gute... Nein. Hat der noch Ench... Nein, nein. Okay. GG. Spezialist. Full Encharted. Mit fucking Charmesschwert. Aber gib dir erstmal die Bottle. Props. Respekt. Nach wie vielen Minuten? Ist ein kritischer Tag, ne? Ist ein kritischer Tag. Holy Shit. Ja. Ich glaube, ich lasse die ganzen Fehlversuche erstmal mit drin. Und werde irgendwas cooles daraus zusammenschneiden. Wird schon irgendwas werden. Also, was ich noch erzählen wollte, ich bin nächste Woche nicht zu Hause, ich bin auf Kursfahrt. heißt ja ich muss vor produzieren heißt wenn halt die videos nicht so bomben 24 kills win gameplays werden dann liegt daran dass ich nicht so viel zeit hatte muss halt vor produzieren und das problem ist halt auch noch daran dass ich gar nicht fischer mensch spielen wollte sondern spider-man um eine angel zu haben und leider haben wir ja sind wir noch kein partner auf dem kanal hier also wir wollen uns noch ein bisschen zeit lassen weil nicht wieder über hastet wie damals letzte mal auf den anderen kanal fehler machen falsches netzwerk kennt ihr vielleicht die geschichte und deswegen können wir auch keine videos aufgeplant setzen heißt dass sie sich automatisiert automatisiert online stellen von selbst geht leider nicht deswegen muss es der patrick machen das kriegt er glaube ich hin und hier süßen boys ein alles cool wir haben echt nicht so viele suppen muss das ist echt nicht cool juhu grafen verkackt ich könnte mir jetzt noch theoretisch eisenbraten das sieht es echt jetzt in den ganzen und ich jetzt gerade gemacht habe das schnelle pilz kraft nicht hingekriegt habe ist eine traurige angelegenheit das ist eine traurige angelegenheit das sieht mir jetzt nicht dass er keine pilze hat und ich habe jetzt drei stücke braucht aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein es geht das stimmt ja 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 Okay. Okay. Ähm. Okay, ja. Oh mein Gott. So welche. Ja. Oh mein Gott. Shit. Wie lange mache ich das jetzt mit dem Weglaufen? Mann, Jungs. Es ist echt nicht so mein Tag, glaube ich. Ich glaube, ich lasse es jetzt auch. Weil. Ja. Ich lade es jetzt alles ein bisschen so hoch. Weil. Ihr seht, irgendwie habe ich gerade. Also, ich weiß nicht. Ich stelle mich ja nicht so behindert an. Aber ich habe echt ein bisschen Pech. So eher. Was so das Timing angeht. Von den Gegnern. Und die Anzahl der Gegner. Ja. Ähm. Ja. Es hat wieder. Ja. Ich will euch mal wieder eine gute HG-Runde so bringen. So vom Gameplay auch. Ne. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Deswegen lade ich euch die jetzt so hoch. Es tut mir leid. Ich kann euch nichts besseres bieten. Ich habe mein Bestes gegeben. Also Leute. Bis zum nächsten Video in zwei Tagen. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.